Alle, die noch reinkommen möchten, kommen gerne rein. Ich habe die besondere Freude, die letzte Session des Tages mit euch zu verbringen. Es wird sich heute in den nächsten 45 Minuten um das Thema Design Sprints in 5 Tagen drehen. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Tim Schikora. Ich bin Geschäftsführer dieser Firma hier, Inside Innovation. Kurz nur zur Erklärung, damit ihr wisst, mit wem er es zu tun hat und warum ich über solche Themen rede. Okay, was wir typischerweise machen, kurze Zwischenfrage. Does anyone not speak any German? Okay, gut, dann können wir es in Deutsch machen. Was wir als Firma machen, sind letztendlich zwei Dinge. Wir befähigen Produkt- und Innovationsmanager und ihre Teams mit Methoden, Prozessen, Kulturen immer um das Thema Innovation außenrum. Und der zweite Teil, den ich insbesondere sehr viel spannender noch finde, ist wirklich mit diesen Teams dann auch konkret Produkte zu entwickeln. Services zu entwickeln, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist das, was wir letztendlich den ganzen Tag lang tun. Typischerweise wirklich vom ersten Skizzenstrich bis zum letztendlichen Produkt. Irgendwo kommt dann der Punkt, wo natürlich die Entwicklung selbst übernimmt, weil wir zum Beispiel mit Medizintechnikfirmen zu tun haben und niemand von uns Medizinfysiker ist. Das heißt, rein technisch haben die natürlich weit, weit mehr Ahnung als wir. Wir helfen ihnen aber letztendlich diesen Weg durch den Innovationsdschungel, sage ich mal, zu begehen. Deswegen auch das Thema Design Sprints in fünf Tagen. Es geht letztendlich an der Stelle wirklich darum, wie finde ich raus, was ich für meinen User baue, wie muss das letztendlich aussehen, wie teste ich auch, ist das überhaupt das Richtige für den User, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sagen kann, okay, jetzt gehe ich in eine technische Entwicklung. Und das innerhalb von fünf Tagen, damit so kurz und so wenig Zeit raubend, wie nur irgend möglich für euch letztendlich ist. Und die Methoden, wir haben sie schon häufiger mit verschiedenen Firmen durchgeführt, machen auch einfach gerade dadurch, dass sie so kurz sind, ziemlich viel Spaß, weil man eben nicht die ganze Zeit am Diskutieren ist. Kurz als Rahmen, an dem sich letztendlich alles, worüber ich jetzt gleich rede und mit euch ausprobieren werde, wir werden ein bisschen Aktivität auch haben, deswegen ist es ganz gut, dass ihr jetzt alle gerade Kaffee hattet, sind alle fit. Als Rahmen benutzen wir einfach heute die Design Thinking Methodik. Ich weiß nicht, wer kennt denn Design Thinking? Uh, keiner. Design Thinking wurde ursprünglich von einer Produktdesignagentur namens IDEO entwickelt, ist dann mittlerweile von Stanford ein ganzes Stück weiterentwickelt, die haben dann auch ein Institut dazu, Hasso-Plattner-Institut, das ist mittlerweile zum Beispiel auch in Potsdam, die das Ganze weiterentwickeln, ist die Überlegung, Designprinzipien, wie ein Designer arbeitet, zu übertragen, auf allgemein Innovation. Daher auch dieses Framework, Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test. Also letztendlich sich in meinen User rein zu versetzen, seine Herausforderungen zu definieren, Ideen dafür zu finden, da wirklich Prototypen zu bauen, dazu und das Ganze mit dem User wieder zu testen. Was man sich klar machen muss, das ist nicht linear, sondern das ist über den gesamten Prozess, springt man immer wieder zwischen verschiedenen Bereichen hin und her, weil man eine Idee hatte und dann merkt, oh, wir müssen eigentlich unsere Herausforderungen nochmal anders formulieren. Wir müssen da nochmal tiefer rein, müssen vielleicht nochmal uns anschauen, wie verhält sich der Kunde denn in dem Kontext wirklich. Deswegen ist das letztendlich nicht einfach nur linear, sondern da sind ganz viele Iterationen drin. Das nur als Rahmen für diese Design Sprints. Jetzt ist natürlich so die erste Frage, wir haben fünf Tage für diese Schritte. Wie schaffen wir das wohl so schnell zu arbeiten? Wir kennen das glaube ich selbst, ich weiß nicht, jeder, der in so Projekten schon involviert war, egal ob als Freelancer oder in der Firma, die können manchmal ganz schön lang dauern, bis man dann das nächste Feature ausdesignt hat, bis man sich da wirklich abgestimmt hat, was denn passt und was nicht, bis man das irgendwann mal auch ausgetestet hat. Das sind letztendlich diese sieben Punkte. Erster Schritt, Good Preparation. Man hat natürlich immer Vorbereitung, das heißt im ersten Schritt mal, diese fünf Tage, die man dort entwickelt, den richtigen Rahmen zu setzen. Eine Räumlichkeit, die man die ganze Zeit zur Verfügung hat, möglichst auch vielleicht nicht gerade direkt in der eigenen Firma, das ist immer ganz gut, um Kopf freizukriegen, die richtigen Werkzeuge. Große Mengen Papier und Stifte, wenn es daran scheidet, dass wir jetzt erstmal zwei Stunden lang Stifte einkaufen müssen, bevor wir anfangen können, alles schon erlebt, ist das natürlich nicht so toll. Das andere ist sicherlich das, was man so an Daten gesammelt hat in der Vergangenheit, über sein eigenes Produkt aus Google Analytics und so weiter, das wirklich vorher aufbereitet zu haben, damit man dann damit arbeiten kann. Zweites, Doing Not Talking. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich ganz gut, wenn ihr so in so Meetings zusammensitzt. Man neigt gerne dazu, gerade wir Deutschen, viel zu diskutieren, zu reden und so weiter. Das ist etwas, was wir, glaube ich, alle gerne vermeiden würden und das hat insbesondere eine große Gefahr in der Innovation. Immer wenn wir diskutieren und Erfahrungen austauschen, gehen wir davon aus, dass wir letztendlich Wahrheiten austauschen. Also jemand, der eine Meinung sagt, geht davon aus, ja, das ist die Wahrheit, die ich da kommuniziere. Das Einzige, was er an der Stelle kommuniziert, ist eine Annahme. Selbst mit 30 Jahren Erfahrung kann eine Aussage im ersten Schritt über die Zukunft immer nur eine Annahme sein. Deswegen Doing Not Talking, Dinge ausprobieren, anfassen, weniger diskutieren. Always Pre-Producing. In Meetings ist auch für jedes andere Meeting ein super Tipp. Am Anfang ein schön gutes Ziel festlegen, was will ich am Ende des Meetings haben und während dieses Meetings letztendlich nie mehr als fünf Minuten nicht irgendwas aufschreiben. Also man hat Post-its auf dem Tisch liegen, Fragen aufschreiben, Ideen aufschreiben, irgendwelche Meinungen aufschreiben, Dinge, die man testen soll. Die ganze Zeit letztendlich Dinge aufschreiben und im Raum verteilen. Das ist auch das, was über die fünf Tage lang passiert. Man hat am Ende dieser fünf Tage eigentlich einen Raum voller Post-its, voller Sketches, voller Ideen und Bildern und alles Mögliche. Und das ist letztendlich immer das. Immer wenn man mehr als fünf Minuten nichts aufgeschrieben hat, hat man fünf Minuten Zeit verschenkt. Timeboxing, ich weiß nicht, wer kennt das Prinzip des Timeboxings? Hey, einer. Timeboxing ist letztendlich das, dass man jede Aufgabe immer mit einem sehr genauen Zeitraum einrahmt. Wir werden das nachher merken, wir werden nämlich ein bisschen was zusammen machen. Da werdet ihr merken, wie das funktioniert. Was wir gemerkt haben in unserer gesamten Arbeit ist, dass egal, ob jemand zwei Stunden an etwas arbeitet oder 30 Minuten typischerweise das Ergebnis am Ende nicht sehr viel besser ist. Deswegen sind wir dazu übergegangen, nicht mehr darüber nachzudenken, wie viel Zeit brauchen die Leute wohl dafür, sondern einfach nur darüber nachzudenken, wie viel Zeit geben wir ihnen dafür. Der fünfte Punkt Schedule the Customer Test. Wir haben vorhin fünfte Phase Testing. Wirklich am fünften Tag schon Monate vorher den Test mit Kunden festgelegt zu haben. Da kommen auf jeden Fall Kunden. Und das ist ganz schön beängstigend. Fünf Tage bevor dieser Termin ist, haben wir noch keine einzige Sache fertig von dem Ding. Das ist beängstigend, sorgt aber für einen gewissen Zeitdruck, den wir alle kennen. Wenn eine Deadline auf uns zukommt, auf einmal werden wir produktiv, auf einmal kriegen wir die Sachen fertig. Und genauso funktioniert das auch. Wenn wir erst irgendwie kurz bevor wir dann fertig sind, dann erst diese Tests mit den Kunden ausmachen, haben wir vorher den Zeitdruck nicht gehabt. Und zum anderen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann innerhalb eines Tages wirklich repräsentative Kunden herkriegen, um sowas auszutesten, relativ gering. Sechster Punkt, have a moderator. Wirklich einen Moderator dabei zu haben, der die ganze Zeit nichts anderes macht, als dafür zu sorgen, dass all diese Dinge eingehalten werden, dass die ganze Zeit Dinge aufgeschrieben werden, ist unglaublich wichtig, um da schnell zu arbeiten. Weil wenn wir selbst in dieser Materie voll drin sind, ist es sehr, sehr schwierig, da sich auch rauszunehmen. Ach ja, nee, wir müssen jetzt weitermachen, ich muss jetzt meine Idee mal loslassen für den Moment. Und das kann jemand von völlig extern sein, so wie wir das in dem Fall machen, oder das kann auch jemand intern sein, der sonst vielleicht sogar dort mitmachen würde, aber halt für diese fünf Tage wirklich aus der Thematik raus ist und das nur moderiert. Das ist auch wichtig, der muss seine Rolle so auch annehmen. Der ist an der Stelle wirklich nur moderierend tätig. Und der letzte Punkt, it's not yet about perfection. Man hat letztendlich ja immer, also ich persönlich bin jemand, ich bin ein großer Fan von Perfektion und das wird dann wichtig, wenn wir wirklich in die Entwicklung gehen, dann müssen die Dinge, da muss jedes Pixel stehen. Da muss alles passen. Der Zeitpunkt ist hier noch nicht erreicht. Da dürfen Dinge unfertig sein, da darf was ein bisschen schief sein, da dürfen die Farben noch nicht ganz perfekt sein, solange letztendlich die Essenz dessen, was wir da entwickeln, durchkommt. Das nur als Rahmen, wie wir es schaffen, so schnell zu sein. Jetzt hatten wir ja typischerweise, wenn wir in so einen Prozess einsteigen, steigen wir häufig damit ein, dass wir, wir haben die Idee und jetzt lass uns das mal prototypen. Hat so ein bisschen den Nachteil, wir vergessen häufig unseren Kunden wirklich zu verstehen. Nur ein schönes Beispiel, IDEO hat für, ich glaube es war Colgate, von Colgate den Auftrag gekriegt, wie wir bisher Zahnbürsten für Kinder hergestellt haben, ist ganz einfach. Wir haben Zahnbürsten für Erwachsene, die sind so groß. Das macht logisch Sinn. Von Kindern macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn man nämlich Kindern beim Zähneputzen zusieht, merkt man, dass die Zahnbürste nicht hier vorne in die Inputze nicht so weit in der Nähe des Kopfes in die Hand nehmen und sich die ganze Zeit mit Zähneputzen ins Gesicht schlagen. Was natürlich zum einen relativ unschön ist, zum zweiten führt das dazu, dass sie den hinteren Bereich ihrer Zähne überhaupt nicht und das ist ein Schaltputzen. Und das heißt, was IDEO an der Stelle gemacht hat, ist wirklich Kinder beim Zähneputzen zu beobachten und daraus dann letztendlich Rückschlüsse zu ziehen, wie diese Zahnbürste auszusehen hat. Hatten dann auch für 18 Monate die am besten verkaufende Kinderzahnbürste. Das kommt dann mit dazu. Das heißt, immer diese zwei Schritte nochmal zurückgehen. Selbst wenn wir eine Idee haben, von der wir glauben, dass sie perfekt ist, geht trotzdem die beiden Schritte zurück. So. Und jetzt steigen wir nämlich wirklich ein in die Tage. Der erste Tag ist von den beiden Sachen geprägt. Empathize und Define. Wir versetzen uns in den Kunden, in den Nutzer hinein und definieren seine Herausforderungen. Was ich jetzt schnell mache, ist das bloß kurz zu erklären und euch ein paar Tools, die es gibt. aufzuzeigen. Wir werden nicht in jedes Tool tief einsteigen. Da sind wir noch übermorgen hier. Was ihr aber natürlich jederzeit machen könnt, nachdem ich jetzt auch euch gerade sehr beschalle. Ihr könnt jederzeit fragen, auch gerne zwischendrin. Ich freue mich drüber. Und wir werden ein paar der Sachen nämlich jetzt dann auch noch ausprobieren. Deswegen hetze ich ein bisschen durch die Theorie, damit wir genug Zeit haben, da ein bisschen auszuprobieren. Ja. Aber dann ist es ja so, dass der Kunde noch gar nicht weiß, wie das der Beraten jetzt kriegen soll. Nehmen wir mal beispielsweise die SharePoint. Der soll sich die Dokumente reinstellen. Der hat keine Ahnung von Technik. Der weiß auch, dass er viele Kollegen hat, bei denen jeder eine andere Idee hat. Das heißt, es ist noch völlig offen, wo die Reise in die Idee ist. Wie soll der jetzt doch schon mal der erste Prototyp von Funktionen mit dem Regeln. Er hat keine Ahnung, was geht, was technisch geht. Und er weiß auch, dass sich im Verlauf des Projektes immer unterändern wird. Ja. Also der entscheidende Unterschied an der Stelle ist, also das, was ich würde das als Co-Creation irgendwie bezeichnen, der Kunde entwickelt letztendlich sein eigenes Produkt mit. Bei typischen Entwicklungsprojekten ist das ja ganz normal, dass der Kunde irgendwie sagt, das sind meine Requirements und bau mir das bitte. Diese fünf Tage Design Sprints sind eigentlich die Vorbereitung auf dieses eigentliche Entwicklungsprojekt. Weil der Punkt ist, aus den Beobachtungen die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, ist nicht das Know-how typischerweise. Es gibt Kunden, die können das. Aber das zu interpretieren ist eigentlich euer Know-how. Weil ihr kennt die Technologie, ihr wisst, was es da für Möglichkeiten gibt und ihr könnt letztendlich rauslesen, okay, der hat die ganze Zeit das Problem, dass er, was weiß ich, mit ihren Dokumenten immer den verschiedenen Leuten, die die Dokumente unterschreiben müssen, hinterherrennen müssen. den ganzen Tag verzögert Projekte, weil die dauernd diese blöden Unterschriften brauchen. E-Mail-Erinnerungen und so weiter. Also das heißt, der Kunde ist typischerweise der beste Know-how-Taker für seine eigene Erfahrung, nicht aber wie sie gelöst wird. Also die Lösung ist genau das, wofür er eigentlich euch bezahlen sollte. Ja. Das stimmt. Ich kenne das Problem, ist ein typisches Stakeholder und ähnliches. Also wenn man es sich aussuchen kann und der Kunde sagt, ja nicht. Das kann man hier auch machen, zum Beispiel mit der Zahnbürste. Ich schaue mir nämlich einmal die Kinder an, wie benutzen die das Ganze. Das wäre sozusagen der Mitarbeiter, der Nutzer des SAPs. Und auf der anderen Seite muss ich mir überlegen, was sind denn die Eltern, die diese Zahnbürste kaufen, weil das Kind kauft die Zahnbürste, das bezahlt. Das wäre praktisch der Manager, der Geld dafür hinlegt. Und dann muss ich schauen, wie kriege ich die übereinander. Das ist relativ komplex manchmal. Das ist mir völlig klar und da gibt es auch ganz neue Dinge, die ich hier ausschließe. Was wir da benutzen, ist wirklich Geschichten aufzubauen. Nämlich eine Geschichte, eine Frage dessen, wie ich das, was der Manager in dem Fall als Ziel hat, verbinde mit dem, was der Nutzer will. Also der Manager hat zum Beispiel als Ziel, ja wir müssen effizienter werden und unsere Dokumente müssen immer verfügbar sein, weil sonst kriegen wir Probleme mit irgendeiner Behörde oder sonst was. Das ist möglicherweise das Ziel des Managers. Und jetzt muss ich das verbinden mit dem, was für den User wichtig ist. Ich habe zum Beispiel das, dass der User muss mit dem Upload-Systems einfach idealieren können, weil sonst legt er die Dokumente nicht einfach da. Genau da muss ich sozusagen eine Story bauen. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Wenn ich nämlich die Story, das, wie der User damit umgeht, mit der Story des Managers verbinden kann, dann habe ich eine Chance, dass ich die auch unter einen Hund kriege. Und manchmal ist das nicht möglich. Ganz klar. Ja, manchmal gibt es Projekte, da passen die Stakeholder nicht zusammen. Und das sind dann entweder Projekte, wo man auch einfach den Leuten sagen muss, unter den Bedingungen machen wir das Projekt nicht. Das ist das eine. Oder man muss sehr, sehr genau die Erwartungen managen. Das muss dann nämlich auch dem Top-Manager klar sein. Wenn er mir sagt, nee, du kannst mit meinen Mitarbeitern nicht interagieren, während du das entwickelst, dann muss ich ihm auch sagen, okay, das hat die, die, die und die Risiken. Das ist, sage ich mal, das, in dem sich das bewegt. Beantwortet? Okay. Super. Lassen wir uns ganz kurz nur, ich gehe einfach kurz die Methoden durch. Personas. Wer kennt Personas? Schon mal gehört? Einer, sehr schön. Ist letztendlich nichts anderes als, Adidas nennt es, glaube ich, Customer-Avatar, ist nichts anderes als eine Repräsentation eines Kunden, aber keine gleiche Repräsentation, sondern eine sehr, sehr... 35, fährt einen Audi A3, hat zwei Kinder, ist verheiratet und so weiter. Wo ich letztendlich ein sehr, sehr genaues Bild von dem Kunden aufbaue. Das ist nichts anderes als ein Hilfsmittel, um mich leichter in diesen Kunden rein zu versetzen. Wir tun uns nämlich als Menschen unglaublich schwer, uns in Statistiken hinein zu versetzen. Wenn wir so eine Statistik vor uns haben, 35 bis 45 und so weiter, ist es für uns sehr, sehr schwer, das letztendlich uns da hinein zu versetzen. Da helfen Personas. Shadowing ist nichts anderes als ein sehr genaues Beobachten. Wird immer mal wieder auf Kameras durchgeführt. Das ist, sage ich mal, das, was in der Softwareentwicklung auch mit so Eye-Tracking und Ähnlichem getan wird. Ist genial, um wirklich rauszufinden, wie nimmt mein Kunde Dinge wahr. Im Service Design wird das eben viel eingesetzt. Da gibt es ein schönes Beispiel, haben die sich angeschaut, wie erlebt denn ein Kunde den Prozess vor einer Operation? Und haben letztendlich sozusagen eine Fake-Operation, haben sozusagen einen Patienten, Kamera ihm auf ihren Kopf geschnallt, um zu sehen, was er sieht. Und dann haben die gemerkt, 15 Minuten vor der Operation liegt er auf dieser Liege und schaut 15 Minuten lang an eine weiße Decke. Man kann sich vorstellen, vor einer komplizierten Operation, was die Gedanken sind für diese 15 Minuten des Patienten. Und schönerweise, wie haben sie das gelöst? Die haben einfach die Decke bemalt. Weil dann denkt nämlich der Patient über die Details an der Decke nach und nicht mehr darüber, was auf ihn zukommt. Manchmal sind dann diese Lösungen auch echt einfach, die da rauskommen. Das nur als Shadowing. Customer Journey ist letztendlich nichts anderes als die Repräsentation dessen, was wir im Shadowing sehen. In einem Storyboard oder Ähnlichem gibt es auch einen Customer Journey Canvas dazu. Gerne mal anschauen. Das Traveler's Mindset ist weniger eine Methode als eine Herangehensweise. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Ihr kommt in eine neue Stadt, wo ihr gerade unterwegs seid. Und auf einmal nehmen wir alles auf 5000 gedreht wahr. Da ist alles irgendwie heller, bunter, lauter, leiser. Man nimmt Gerüche wahr. Und dieses Mindset, das verlernen wir, umso besser wir irgendwas kennen. Wenn wir sozusagen glauben, ja, wir kennen unsere Stadt, dann hören wir auf einmal auf, in der Art und Weise unsere Stadt wahrzunehmen. Und uns geht, sage ich mal, viel verloren. Und dieses Mindset, so durch die Welt zu gehen, hilft uns immer wieder, Dinge häufiger zu hinterfragen und besser wahrzunehmen. Assumption Analysis ist was Interessantes für Startups. Disruptivität von Innovationen definiert sich nämlich typischerweise dadurch, dass es ein Startup geschafft hat, Annahmen, die am Markt bestehen, auszuhebeln durch etwas, das sie tun. Nur als Beispiel, Xbox und Wii, das war sozusagen im Spielkonsolenmarkt Standard, dass man nur eine bessere Konsole bauen konnte, wenn die Grafik besser war. Wie hebelt das die Wii aus und warum kann sie sich trotz dessen, dass sie eine beschissene Grafik im Gegensatz zur Xbox hatte, aushebeln? Weil sie nicht mehr auf Hardcore-User als Zielgruppe abgezielt haben, sondern Casual-User, der mit seinen Freunden vor dem Fernseher stehen möchte und ein ganz anderes Bedienkonzept hatte, wofür ich nicht mehr Tasten auswendig lernen musste. Ich habe das gerne gemacht, aber das ist letztendlich das, was wir da ausgebildet haben. Das letztendlich dazu. Dann lasst uns ganz kurz mal auf Define einsteigen, damit wir nämlich dann in so Übungsthemen reinkommen. Das ist letztendlich relativ einfach und straightforward. Es geht darum, sehr, sehr genau die Herausforderungen zu definieren. Typischerweise schaut man sich die Dinge an, die man immer wieder beobachtet. Recognize Patterns. In all euren Beobachtungen werdet ihr verschiedenste Dinge sehen und da wirklich die Dinge rauszunehmen, die man immer wieder sieht. Weil manchmal sind bestimmte Sachen auch individuell. Aber die Dinge, die ich immer wieder sehe, die sich wiederholen, die in einem bestimmten Ablauf sind, die sind wirklich interessant. Und der zweite Teil ist dann wirklich sauber zu definieren. Welchen Nutzer, in welchem Rahmen bewegt er sich und was beschäftigt ihn letztendlich, was sind seine Herausforderungen, was tut ihm weh, was kann er möglicherweise dadurch gewinnen oder welchen Job will er damit auch fertig kriegen. Gut, und jetzt steigen wir nämlich in die erste Übung ein. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Wir werden ein Online-Banking-Service für Dreijährige entwickeln. Das hat natürlich so ein paar Implizierungen. Der klassische Dreijährige ist noch kein Meister in Mathematik, hat noch keine Vorstellung von Geld, was das bedeutet und geht möglicherweise dann auch mit einem Online-Banking-Service ein bisschen anders um und bewegt sich da. Wir machen jetzt eine Sache dazu. Wir entwickeln einfach mal eine Persona für so eine oder einen Dreijährigen. Wie möchten wir den Dreijährigen nennen? Oder die Dreijährige? Karl-Heinz? Ist das der Dreijährige? Okay, wir bauen Karl-Heinz? Wir bauen Karl-Heinz. Okay, was wir schon wissen, er ist drei Jahre alt. Ja. Okay. Was wissen wir noch über Karl-Heinz? Kann noch nicht lesen? Okay. Okay. Gut, mit was spielt Karl-Heinz gerne? Was ist sein Lieblingsspielzeug? Autos? Ja? Was für ein Auto genau? Welche Marke? Ein Porsche? Welche Farbe? Roter Max-Box Porsche. Roter Max-Box Porsche, okay. Der hat ihm den ja möglicherweise geschenkt. So, was wollen wir denn noch über Karl-Heinz wissen? Der geht gerade in den Kindergarten? Ja? Gut. In welchem Bundesland lebt er? Bayern. Bayern, passend zu Karl-Heinz. Okay, der lebt in Bayern. Wie groß ist er? 90 Zentimeter? Ist das? Er hat einen Meter. Er hat einen Meter. Okay. Was tut seine Mutter? Die Hausfrau? Ist die halbtags beschäftigt, volltags? Ist die Psychologin? Halbzeit? Halbzeit? Okay. 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 Halbtagsvermögensberaterin. Was macht der Vater? Wie bitte? Er ist bei Audi. Er ist bei Audi? Okay, der ist bei Audi. Als was? Als die Bayern. Okay. Sehr schön. Deswegen hat er ihm auch einen Porsche geschenkt. Okay. Gut, jetzt haben wir schon ein ungefähr ganz gutes Bild, wie Karl-Heinz aussehen könnte. Typischerweise würde man möglicherweise jetzt sogar ein Bild von einem Dreijährigen raussuchen, der irgendwie repräsentiert, was wir uns vorstellen als Kunden und das letztendlich noch weiter ausmalen, wenn wir das ein bisschen länger machen. Aber das soll uns mal reichen, um ein Bild davon zu kriegen, mit welchem Dreijährigen wir es denn zu tun haben. Was der den ganzen Tag lang tut, was den beschäftigt, wo der lebt, was möglicherweise seine Lieblingsfarbe ist und ähnliches. Okay. Gut, jetzt gehen wir nämlich einen Schritt weiter. Jetzt sind wir nämlich letztendlich durch das ganze Thema Empathize und Define durch und haben einfach jetzt mal eine Persona für diesen Dreijährigen gebaut. Wenn wir dann in dieser Ideate-Phase sind, haben wir relativ viele Möglichkeiten zu arbeiten. Es gibt ein paar, die ich insbesondere mag. Eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, das seht ihr hier als erste Methode. Collect pre-existing ideas. Immer wenn wir solche Workshops durchführen und solche Design-Dinger und sonst was, gehen wir immer davon aus, dass alles, was vorher da war, scheiße war und nur das, was an dem Tag rauskommt, cool ist. Das ist gelinde gesagt Schmarrn. Viele der besten Ideen sind einfach über Jahre oder Wochen hinweg entstanden und irgendwann mal aufgeploppt. Und deswegen ist einer der ersten Schritte an der Stelle, wirklich mal die vorher bestehenden Ideen zu dem Thema einzusammeln, damit die da sind, damit die vorhanden sind. Das zweite ist dann möglicherweise mit so einer Frage, wie könnten wir und dann den Challenge lösen, zu arbeiten. Diese Frage hat einfach bisher sehr, sehr gut immer funktioniert. Das dritte ist das, was ich eigentlich am schönsten finde, was wir auch gleich noch machen werden. Fast Sketching of Ideas. Und das heißt nicht ohne Grund Shitty Drafts, weil es so wichtig ist, gerade am Anfang mit Drafts zu arbeiten, die eigentlich, wo letztendlich diese Barriere weg ist, oh Gott, das könnte jemand beurteilen. Man arbeitet sowieso so schnell, da kann am Anfang zum großen Teil auch nur Schmarrn rauskommen und das ist okay, weil es Shitty Drafts sein dürfen. Genau deswegen ist diese Barriere weg. Oh Gott, nee, das muss jetzt perfekt sein und nee, ich mache lieber nichts, bevor ich irgendwas tue. Deswegen benutzen wir den Begriff Shitty Drafts so gerne. Und da werden wir auch gleich einsteigen. Dann, klar, gibt es so Selection Methods, da gibt es alles Mögliche, ist letztendlich aber nicht so wichtig. Eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist, insbesondere für den späteren Entwicklungsprozess auch, ist diese Hypothesis Map. Jedes Mal, wenn wir ein Konzept schreiben, das, was typischerweise in den meisten Firmen passiert, so wie wir es erleben, ist immer, dass man davon ausgeht, man hat ein Rezept geschrieben und da steht die blanke Wahrheit drin. Da steht drin, so funktioniert der Markt und wir werden so und so viele Kunden haben und die Zahlen sind auf jeden Fall richtig und diese Prognosen und diese Technologie funktioniert da auf jeden Fall. Wenn wir dann meistens das entwickeln und auf den Markt bringen, merken wir, die meisten dieser Aussagen waren nicht so ganz richtig. Und das ist genau das, diese Konzepte und die Teile von Konzepten als letztendlich Hypothesen zu betrachten, während des gesamten Entwicklungsprozesses, die ich beweisen muss. Die Lean Startup Methodik arbeitet viel damit. Deswegen diese Hypothesis Map. Gut, und jetzt fangen wir nämlich auch mit Shitty Drafts an. Hat jeder einen Stift einstecken? Nein? Noch jemand keinen Stift? So. Ich habe noch mehr, wer braucht auch noch einen? Noch jemand? Sonst haben alle Stifte? Ich habe hier Papier. Ich lasse das jetzt einfach mal rumgehen. Nehmt euch mal ein Minimum vier Stück. Minimum vier Papier auf jeden Fall. Gut, wir haben schönerweise hier drei Leute, da drei Leute, da zwei und da drei. Jeder verstanden? Ihr gehört letztendlich zu eurer Reihe bis auf hier zusammen und hier. Ihr könnt euch gerne ein bisschen annähern. Das, was wir jetzt machen, nennen wir normalerweise Ten-Ten-Ten, weil wir das in Gruppen von fünf Leuten typischerweise tun. Und innerhalb von relativ kurzer Zeit werden im ersten Schritt von jedem, in dem Fall jetzt heute, von jedem von euch zwei Shitty Drafts zu diesem Thema. Develop an Online Banking Service for a Three-Year-Old. Versucht, irgendeine Idee, die ihr dazu hattet, zum Papier zu bringen. Das kann ein Wireframe sein, das kann gerne ein Storyboard sein, was auch immer. und davon jeweils zwei. Ja, das ist der erste Schritt. Wir werden sie dann vergleichen und das Ganze dann nochmal machen, okay? Jeder, pro Person zwei. Das heißt, jedes Dreierteam hat am Ende sechs von den Dingern, jedes Zweierteam hat vier. Okay? Verstanden? Und ihr habt drei Minuten dafür. Also, Shitty Drafts und los. Jeder malt letztendlich zwei Drafts von irgendwas, was euch dazu einfällt. Develop an Online Banking Service for a Three-Year-Old auf Grundlage von Karl-Heinz. Okay? Jeder zwei und dann findet ihr euch gleich wieder zusammen, okay? Gut. Die Frage, warum es bisher noch keiner gemacht hat, spielt die deine Rolle? Die kannst du dir gerne stellen, wenn du dazu einen Draft machst. Always be producing. Ja. Du bist trotzdem herzlich eingeladen, reinzukommen. Nur um es kurz einzuführen. Wir sind jetzt gerade in der kleinen Übung drin. Zu der Frage, develop an Online Banking Service for a Three-Year-Old. Okay. Okay. Karl-Heinz hier ist unser Dreijähriger, Junge, kann ich lesen, spielt gerne mit dem roten Matchbox-Porsche, geht in den Kindergarten, wohnt in Bayern, ist einen Meter groß, die Mutter ist Halbtagsbeschäftiger als Vermögensberaterin, Vater ist Audi-Designer, okay? Super. Erster Schritt hier, was du gerade siehst, ist, dass jeder davon mal zwei Shitty Drafts macht. Also wirklich einfach nur, und wir haben dafür nur drei Minuten, wirklich mal einen Draft dazu macht. Und das kann jegliche Art von Idee sein, die man dazu hat, Storyboard, Wireframe und so weiter. Und ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass du dich zu dem Zweierteam hier mit dazu tust. Hast du einen Stift? Ich habe Stift. Genau, dann dich da mit dazu tust und dann in die zweite Runde, wir machen das gleich noch ein zweites Mal mit einsteigst, okay? Okay. Ihr solltet schon an eurem zweiten Draft arbeiten jetzt. Okay. So, ihr habt noch eine Minute, dann sollten jeweils zwei Drafts fertig sein. Insgesamt dann sechs pro Team. Okay? Einfach los, mal ein Wireframe oder überleg dir, wie könnte die Repräsentation von Geld für einen drei Jahre alten sein? Wie könnte das funktionieren? Genau. Genau, vielleicht hat es ja auch eine... Also auch einen anderen Sinn. Vielleicht geht es ja auch gar nicht im Kern darum, dass der nur Dinge damit bezahlt. Vielleicht geht es ja um den Lerneffekt möglicherweise auch. Den kannst du ja vielleicht auch mit etwas anderem als Geldscheinen erreichen. So, noch 30 Sekunden. Dann solltet ihr mit euren zwei Drafts fertig sein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, done. Okay. Was ihr jetzt bitte für die nächsten zwei Minuten macht, ihr tut euch kurz in euren Teams zusammen, erklärt euch kurz gegenseitig eure Drafts, vergleicht kurz und wählt einen davon aus, auf dessen Grundlage ihr jeweils nochmal sechs solcher Drafts macht. Okay. Zwei Minuten, um euch kurz abzustimmen und auf der Grundlage macht ihr das Ganze nochmal. Vielen Dank. 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 4, 4, 3, 2, 1, und los. Okay. Vielen Dank. Das ist die Essenz von der Essenz von dem, was ihr gerade erarbeitet habt. Vielen Dank. Ja, dann hat er. Er hat er. Er hat er. Okay. Okay, super. Dann, wenn er, ja, ja, okay, Okay. 2, 2, 1, Es gibt zum Beispiel auch so schöne Plastiksteckverbindungen für Karton, mit denen man super auch schon Hardware letztendlich physisch erfassbar machen kann. Lookalikes in PowerPoint oder Keynote, das ist eine sehr schöne Art und Weise, sehr, sehr schnell gut aussehende Lookalikes zu erstellen, Click-Prototypes, Cut-Modelle und das Ganze dann auch 3D zu printen, wenn wir über Hardware und Ähnliches reden. Ich weiß nicht, kennt jeder 3D-Printing? Ja, ja, gut. Animationen, klar, Clay-Models, das kennt man so aus der Automobilindustrie, Marketing-Videos und Past-Experience-Videos, das ist so was ganz Schönes, um zu visualisieren und erfahrbar zu machen, wie denn die Erfahrung mit dem Produkt letztendlich sein wird. Man dreht nämlich bei dem Past-Experience-Video einfach mit zwei seiner Teammitglieder so ein Interview, als hätte derjenige gerade das Feature benutzt oder den Service benutzt, das Produkt benutzt und diese Erfahrungen damit gemacht. Man kann damit sehr, sehr gut herausarbeiten, was macht denn das Ganze wirklich aus? Lego-Modelle, Sketches und das, was man gerne auch mal Frankenstein-Products nennt, gerade in der Hardware-Entwicklung, halt aus bestehenden Teilen ein Produkt zusammenzusetzen, was die Grundfunktionalität schon hat, aber natürlich noch nicht spezifisch ist. Das nur als mögliche Prototypen, die ihr zur Auswahl habt, um letztendlich das, was sich in eurem Kopf befindet, zu visualisieren, erfassbar zu machen, erfahrbar zu machen, verständlich zu machen. Das müssen wir uns nämlich auch klar machen. Wir glauben sehr, sehr schnell, dass zwei Menschen, wenn sie sagen, ah ja, jetzt habe ich verstanden, was du meinst, dass das auch wirklich so ist, meistens reden wir von völlig unterschiedlichen Dingen mit ganz anderen Ausprägungen und das wirklich erfahrbar zu machen, das ist letztendlich der Weg, ist auch aus meiner Sicht der schönste Weg, um möglicherweise einen Kunden oder einen Chef davon zu überzeugen, eine bestimmte Sache wirklich zu tun, weil da versteht er, was wir von ihm wollen. Wir haben es ihm nicht mit 50.000 Worten gesagt oder irgendwelchen technischen Requirements, weil das versteht er, kann er nicht so erfassen, wie er das kann. So, eine letzte Sache, jetzt noch, das ist nämlich letztendlich der letzte Schritt am Tag 5, das Ganze zu testen, über Customer-Tests, haben wir ganz kurz am Anfang schon gesprochen, das ist letztendlich, ihr würdet euch potenzielle Kunden für dieses Feature oder schon bestehende Kunden reinholen und wirklich die mit diesen Prototypen hantieren zu lassen, zum Beispiel mit der Keynote-Prototyp und ähnliches. Prototyping ist eine ganz interessante Sache, Prototyping ist ja das, kriege ich es hin, das, was ich bauen will, auch wirklich zu bauen. Das ist Prototyping. Prototyping ist die Frage, baue ich überhaupt das richtige Etwas? Und ist letztendlich immer darauf ausgerichtet, ob das auch am Markt bestehen kann. Ein schönes Beispiel ist IBM in den 80er Jahren, hat von hunderten Kunden gehört, wir wollen unbedingt Speech Recognition, weil da war es noch nicht normal, dass man tippen konnte und so weiter, die wollen unbedingt Speech Recognition, damit sie nicht immer nur mit ihrer Sekretärin arbeiten können, um irgendwelche Briefe aufzusetzen und so weiter. In den 80er Jahren, Speech Recognition, das ist jetzt noch ein Riesenprojekt, damals, sage ich mal, noch größer. Was haben die gemacht? Die haben sich diese Kunden eingeladen, haben die in einen Raum geführt, wo ein Computer stand mit dem Mikrofon und haben die in den Arbeitstag dort damit arbeiten lassen. Hinter dem Mikrofon war uns aber keine Software, sondern am anderen Ende halt eine Sekretärin, perfekte Speech Recognition gesessen. Dadurch haben die gemerkt, dass das unglaublich anstrengend ist, den ganzen Tag zu reden und in dieses Ding rein zu diktieren, dass das sehr, sehr schnell sehr, sehr nervig wird und dass es uns relativ schwerfällt, so klar Dinge zu formulieren, wie wir sie normal auf Papier bringen, wenn wir normal reden. Und genau darüber haben die letztendlich herausgefunden, dass das keinen Sinn macht, das zu dem Zeitpunkt zu entwickeln. Man sieht es auch jetzt noch. Ich muss ehrlich sagen, die Speech Recognition wie Siri oder Google Now benutze ich hauptsächlich im Auto. Da macht der Use Case Sinn. An allen anderen Stellen, mal schauen, wie es wird. Genau. Test Markets, Alphabetatests, brauche ich euch nicht viel darüber zu erzählen. Nur noch als kurzes letztes Ding. Wir müssen jetzt nämlich leider aufhören. Das sind mögliche Pretotyping-Methoden. Was ihr wahrscheinlich schon kennt, ist diese Fake Door. Das kann man mit einer Google-Ad zum Beispiel machen. Man schreibt einfach eine Werbung und schaut, wie viele Leute klicken da drauf. Oder man baut eine Landingpage von dem Produkt, obwohl es das Produkt noch gar nicht gibt. Schaut, wie informieren sich die Leute da drauf. Wie oft klicken die hin und her? Klicken die auf den Buy-Button? Um letztendlich rauszufinden, würden die das einmal kaufen und vielleicht dann sogar, wenn ich erste rudimentäre, also Minimum Viable Product zum Beispiel habe, würden die es auch ein zweites Mal kaufen. Kommen die wieder? Daran ist, wie hieß der Google-Dienst, der E-Mail ersetzen sollte? Latitude? War das Latitude? Ne, es war ein anderes. Aber daran ist das gescheitert. Riesenhype vorneweg. Nie wieder gekommen. So. Ich danke euch herzlich. Wir haben jetzt ein bisschen durchgehetzt. Hätten eigentlich noch eine kleine Übung gehabt. Wenn ihr Fragen an mich habt, könnt ihr mich gerne noch nerven. Ansonsten könnt ihr auch mich gerne anrufen, E-Mail schreiben. Ich bin noch ein bisschen da, nicht mehr lang. Und möchte euch für eure Zeit danken. Dankeschön. Ich bin noch ein bisschen da. Ich bin noch ein bisschen da. Untertitelung des ZDF, 2020